Die Höhenharter Faustballer haben ein sehr erfolgreiches Wochenende hinter sich. Das Herrn-Team in der zweiten Bundesliga musste sich zwar dem Team aus Hirschbach mit 2 zu 3 geschlagen geben, siegte aber im Anschluss gegen Nussbach denkbar knapp mit 3 zu 2 und beendete die Herbstsaison auf Rang 4. Damit sicherten sich die In-Viertler einen Platz für das Aufstiegs-Playoff in die erste Bundesliga.